Damit will ich jetzt auch nicht verlangen, dass jemand was umsonst geben muss. So naiv bin ich jetzt nicht. Aber so eine Problematik daraus zu machen, also das war ja auch ein Tisch, den wir hatten mit Leuten, die haben ja auch, also da ist ja relativ schnell immer wieder Bier nachgeschenkt worden, weil die Leute auch jetzt nicht so waren, so jeder besteht, sie eingetreten, da sitzen ja drei Stunden, sondern ich sag mal so, die sind auch alle 20 Minuten tabletteweise da rangekarrt worden.